Das ist derart, wenn man rationell auf Asia trainiert. In China, Thailand, Korea, Japan, das Wetter gut mitmacht, in der freien Natur, und es ist auch Übung, wo man sich sachte vortastet, dass auch eine Kniescheibe, eine Kniescheibe an die Schienbeine, da kommt gleich der Knochen und erstmal langsam anfängt und sich Monat vom Monat steigert. Meine Hauptanliege ist, ich danke an Chris aus Berlin, das war schon lange, drei Jahre, haben sie immer wieder etwas dazwischengekommen, jetzt darf nichts mehr dazwischenkommen. Das war jemand, der mich immer attackiert hat, hat seinen Fehler eingeschaut, hat den Clips gelöscht, fand echt Respekt, von Ehrehaft. Ich habe noch ein paar Fehler gegen ihn gemacht, hat mich dafür entschuldigt. Er ist wirklich ein ehrevoller Mensch. Chris aus Berlin, du bist echt ein super Typ, du bist eine gute Kampfkunst, eine gute Kampfsport, bist auch noch auf dem Weg und ich mag deinen Kanal. Ich gucke immer wieder gerne ein, was mich sehr geehrt hat, dass du mich abonniert hast und es spricht auch für die Berliner. Also ich war in Berlin, so freundlich wie es in Berlin war, also einer von den freundlichsten Leuten überhaupt in Deutschland und das spricht auch für dich. Ich bin echt stolz, dass du mich abonniert hast. Wir haben dich auch abonniert und hoffen, dass wir guten Kontakt bleiben, Chris. Und du bist echt gute Kampftechnik vom Feinsten, vom Feinsten gefällt mir. Respekt Chris, du bist mein Pro und vielleicht können wir mal was zusammen starten. Yeah! Vielen Dank.